Der Prolog von Urit vom 9. November Gedenken Die heiligen Märtyrer Onisiphorus und Porphyrios Diese beiden wunderbaren Männer erlitten unter der Herrschaft des Kaisers Diokletian das Martyrium. Sie wurden grausam geschlagen, dann auf einem eisernen Grill versenkt, dann an Pferde gebunden und über Steine und Dornen geschleift. So wurden sie in Stücke zerrieben und übergaben Gott ihre heiligen Seelen. Ihre Reliquien sind in Pentapolis begraben. Der gottgeweihte Johannes der Zwerg Kolovos wird zu den größten ägyptischen Asketen gerechnet. Kolovos bedeutet Zwerg bzw. der Kurze, denn er war von kleiner Statur. Er kam in Dischitis mit seinem Bruder Daniel und widmete sich mit größtem Eifer solch strenger als Käse, dass Daniel ihn zur Mäßigung ermahnen musste. Johannes war ein Schüler des heiligen Pambo und später der Lehrer des heiligen Arsenios des Großen. Sein Mitschüler unter dem heiligen Pambo war der heilige Paisius der Große. Als sie einmal miteinander besprachen, welche Art des Käse sie auf sich nehmen sollten, erschien ihnen ein Engel Gottes und befahl Johannes zu bleiben, wo er war, und andere zu lehren und Paisius in die Wüste zu gehen und als Einsiedler zu leben. Um Johannes gehorsam zu prüfen, befahl ihm der heilige Pambo, einen dürren in den Boden gesteckten Stock zu bewässern, bis er sich begrüne. Ohne Zögern oder Zweifel bewässerte Johannes drei Jahre lang täglich diesen Stock, bis er durch die Kraft Gottes grüne Zweige hervortrieb und Frucht trug. Pambo sammelte die Früchte von diesem Baum, brachte sie in die Kirche und verteilte sie unter den Brüdern, wobei er sagte, kommt her und kostet die Frucht des Gehorsams. Johannes der Zwerg hatte viele Schüler. Einige seiner weisen Aussprüche sind erhalten geblieben. Er entschlief in Frieden und nahm seine Wohnstadt in der Freude des Herrn ein. Die gottgeweihte Matrona von Konstantinopel stammte aus Perga in Pamphylien. Matronas Ehe mit Dometian, einem Adligen aus Konstantinopel, wurde bald für sie unerträglich. Als Mann verkleidet, floh sie und nahm den Namen Babilas an. Dann trat sie in das Kloster des heiligen Basian in Konstantinopel ein. Da ihr Gatte sie fortgesetzt suchte, war sie gezwungen, ständig den Ort zu wechseln. Emesa, Jerusalem, Beirut, schließlich kehrte sie nach Konstantinopel zurück. Sie empfing das monastische Gewand im Alter von 25 Jahren und lebte weitere 75 Jahre in Askese. Insgesamt lebte sie also 100 Jahre und entschlief in Frieden als Säbtisse in eines Klosters in Konstantinopel. Sie ging ein in die Freude des Herrn im Jahr 492. Der gottgeweihte Ephthimios von Zohiariu und sein Schüler, der heilige Neophytos, waren gebürtige Serben und Verwandte von hochrangigen Aristokraten in Byzanz. Ephthimios war ein Mitarbeiter des heiligen Athanasius und der Ökonom seines Klosters. Danach gründete er das Kloster Zohiariu. Er entschlief in Frieden im Jahr 990. Sein Neffe Neophytos folgte ihm als Abt von Zohiariu, vergrößerte die Brüderschaft und errichtete eine große Kirche. Er entschlief zu Beginn des 11. Jahrhunderts. Der heilige Simeon Metaphrastes, der Übersetzer, war ein begabter Mann aus Konstantinopel. Er besaß sowohl weltliche als auch geistliche Bildung. Er erlangte die Stellung eines kaiserlichen Logotheten, Schatzmeisters und war der erste unter dem Adel am kaiserlichen Hof. Dennoch führte er ein reines und makelloses Leben als wahrer Asket. Er zeichnete sich durch militärischen Mut und staatsmännische Weisheit aus. Wegen dieser Qualitäten achtete ihn Kaiser Leo der Weise sehr und sandte ihn nach Kreta, um ein Friedensankommen mit den Arabern zu verhandeln, die die Insel eingenommen hatten. Erfolgreich beendete er seine Mission und kehrte nach Konstantinopel zurück. Bald darauf zog er sich aus der Welt und den weltlichen Angelegenheiten zurück. Er schrieb viele heiligen Leben, stellte 122 neue Biografien zusammen und korrigierte 539. Er entschlief in Frieden im Jahr 960 und duftendes und heilendes Myron entströmte seinen Gebeinen. Die gottgeweihte Theoktista von Paros kam auf der Insel Lesvos zur Welt und wurde zur Nonne geweiht im Alter von 17 Jahren. Die grausamen Sarazenen griffen die Insel an und versklavten alle, die ihnen in die Hände fielen, einschließlich Theoktista und ihren Schwestern. Als die Sarazenen die Sklaven zum Marktplatz der Insel Paros brachten, entkam Theoktista aus der Menge und versteckte sich in einer verlassenen Kirche in der Mitte der Insel, wo sie daraufhin 35 Jahre lang in Askese lebte. Sie entschlief in Frieden im Jahr 881. Der heilige Simeon wurde Metaphrastis genannt. Er weite sein gottgegebenes Talent der Kirche. Er liebte die Heiligen, die Freunde Gottes und wunderbar beschrieb er ihre Kämpfe. Kämpfe im Geist, Kämpfe im Fleisch. Er war ein wahrer Freund der Freunde Gottes, die Gott am liebsten sind von allen Menschen in der Welt. Er liebt jene, die Gott liebt, und durch sie vertiefte er seine Liebe zu Gott. Simeon leuchtete mit der Liebe zu Gott und schrieb seine heiligen Leben wie einen glänzenden Gobelin für neue Generationen in den vier Enden der Welt, um ihre Seelen mit wunderbarer Rechtschaffenheit zu speisen, indem sie lebendige Vorbilder geistigen Adels haben, um ihnen in den Fußstapfen der Lehre der Väter zu folgen. Wunderbar ist Gott in seinen Heiligen. Wunderbar ist der Herr, der Schöpfer der Engel. Betrachtung Nach langer Abwesenheit besuchte Johannes Golovos seinen Freund Baisius und sprach mit ihm. Sie befragten einander, welche Früchte der Tugenden sie inzwischen geerntet hätten. Baisius sagte, die Sonne hat mich niemals essen gesehen. Und Johannes Golovos erwiderte, und mich niemals zornig. Johannes verwendete die folgende Geschichte über die Buße der Menschenseele zur Unterweisung der Brüder in Deskitis. In einer Stadt lebte eine schöne Frau, eine Dürne, die viele Liebhaber hatte. Ein Fürst bot ihr an, sie zur Frau zu nehmen, wenn sie versprach, im Ehestand ehrbar und treu zu leben. Sie versprach dies, und der Fürst nahm sie mit auf sein Schloss und heiratete sie. Als ihre ehemaligen Liebhaber das herausfanden, schmiedeten sie einen Plan, sie zu ihrer früheren Lebensweise mit ihnen zurückzubringen. Sie wagten es nicht, sich mit dem Fürsten anzulegen, doch sie sammelten sich hinter dem Palast und begannen zu pfeifen. Die Frau hörte das Pfeifen und erkannte es. Sie verstopfte schnell ihre Ohren und versteckte sich in eine innere Kammer des Palasts, verschloss die Tür hinter sich und war so vor der neuen Versuchung geschützt. Der heilige Johannes Kolovos erklärte diese Geschichte folgendermaßen. Die Dürne ist die Seele, ihre Liebhaber sind die Leidenschaften, der Fürst ist Christus, die innere Kammer ist der himmlische Wohnort und die Liebhaber, die pfeifen und sie verlocken, sind die Dämonen. Wenn sich die Seele beharrlich von den Leidenschaften abwendet und zu Gott flieht, werden sich die Leidenschaften und Dämonen entfernen und vor ihr fliehen. Zum Nachdenken Lasst uns darüber nachdenken, wie in der Nacht ein Engel Paulus erschien. Apostelgeschichte 27 Wie ein Engel Gottes Paulus in der Nacht erschien und ihm sagte, er solle sich nicht fürchten, denn er würde mit allen, die bei ihm waren, gerettet werden. Wie Paulus dies den Männern im Schiff erzählte und sie dadurch sehr ermutigte. Homilie Über die Rettung durch Gnade Durch Gnade seid ihr gerettet. Epheser 2, Verse 5 und 8 Wer kann verstehen und erfassen, dass wir durch Gnade gerettet sind? Dass wir gerettet sind nicht durch unseren Dienst und unsere Taten, sondern durch Gottes Gnade. Dies kann nur derjenige verstehen und erfassen, der einerseits den Abgrund des Todes und des Verderbens gesehen hat, der den Menschen infolge der Sünde verschlang, und andererseits die Höhen der Ehre und Herrlichkeit, zu denen der Mensch im himmlischen Reich erhoben wurde, in der unsterblichen Welt im Haus des lebendigen Gottes. Nur ein solcher kann verstehen und erfassen. Auf einer nächtlichen Reise stolperte ein Kind von Mulde zu Mulde, von Pfütze zu Pfütze, bis es schließlich in einen tiefen Abgrund fiel, aus dem es nicht herausklettern konnte. Als sich das Kind in sein Los gefügt hatte und dachte, dies sei nun das Ende, stand plötzlich jemand oben am Abgrund, ließ sein Seil herab und rief ihm zu, sich am Seil festzuhalten. Dies war der Sohn des Königs, der das Kind rettete, es wusch und kleidete und an seinen Hof mitnahm und es bei sich behielt. Wurde das Kind durch seine eigene Tat gerettet? Keineswegs. Seine einzige Handlung war, das Seilende, das zu ihm kam, zu ergreifen und sich daran festzuklammern. Wodurch wurde es dann gerettet? Durch die Barmherzigkeit des Königssohnes. In der Beziehung Gottes zum Menschen wird diese Barmherzigkeit als Gnade bezeichnet. Durch Gnade seid ihr errettet. Der Apostel Paulus verwendet diese Worte in jenem kurzen Absatz zweimal, damit sie die Gläubigen kennen und verstehen. Mögen auch wir, meine Brüder, wissen und verstehen, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet sind. Wir waren von den Kiefern des Todes umklammert und uns wurde das Leben im Palast Gottes geschenkt. O Herr Jesus Christus, unser Retter, durch dich sind wir gerettet. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin. 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 Amin.